Nicht lachen Challenge möchte ich gucken jetzt. Los. Los. Ist es okay wenn ich so auf... Weil die drei haben nicht lachen Challenge gemacht und ich bin ja der König des nicht lachens. Ich habe das ja auch mal mit Ju gemacht und ich habe gar nicht gelacht. Jetzt guckt. Willkommen Freunde zu einer weiteren nicht lachen Challenge heute mit zwei Gästen die so auf diesem Kanal physisch noch nicht anwesend waren. Wir dürfen nicht lachen aber bei uns als nicht lachen ist halt lachen wir halt einfach und ernten Minuspunkte. Du weißt was gestern passiert ist wir haben die ganze Zeit gelacht. Wir beide und Maxi nicht einmal. Wir hatten gestern so tiefgründige Gespräche und Maxi war sehr traurig und hat sein Herz ausgeschüttet und sehr viel geweint. Deswegen wollen wir ihn heute zum Lachen bringen. Wir drehen jetzt hier 13, 12, 16. Kuscheln ein bisschen. Sieht eh aus als wenn. Ich habe immer noch nicht gelacht habt ihr gemerkt? Wir alle einig in dem Greenscreen und man hätte uns einfach zusammen übereinander gelegt. Seid ihr bereit? Ja. Habt ihr euch nicht erschrocken? Nö. Wegen dir weil du so laut warst. Hier sinken die Leute. Ich simuliere. Und. Gar kein Problem hier. Nein. Gar kein Problem. Oh nein. Au. Nicht schon wieder. Ach da hing einer dran. Oh nein. Nicht lachen ne? Ist doch lustig gewesen. Lachen. Ja. Oh. Lachen. What is going on inside their head? Ja. Okay. X aber. X jetzt verloren. Nix. 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 Gar nichts war no. Nix passierte. Tiere. Tiere sind ein paar. Tiere auf sind immer lustig. Ja leuchzen. Das ist eine übelgeile Idee. Aber lustig. Ja, sehr lustig. Dankeschön. Null. Null. Keinmal gelacht. Null. Das ist sehr gefährlich. Geil. Boah. Da passiert was. Da passiert was. Ich bin verstört. Ich bin auch verstört. Null lustig. Null mein Humor. Das ist sehr verstörend. Tinder-Profil, aber sie in real life. Oha. Du ohne Make-up. Korrekt. Komm morgen mal ohne Make-up runter. Ich sehe genauso aus. Wie kann man so hässlich sein? Ey, du hast gelacht. Ja, wegen dir. Das kannte ich schon. Das kannst du schon? Ja, ich fand es aber geil. Ich musste niesen. Deswegen war ich so. Ach, ihr nicht? Nein. Ein Dromedar. Immerhin haben die Spaß, ne? Ich muss sagen, ich finde es richtig witzig. Aber ich darf ja nicht lachen. Das ist ein Minuspunkt. Ich fand das auch crazy unlustig. Ich habe keinen Humor mehr, glaube ich. Ich kann mich nicht freuen. Ich habe keinen Humor mehr. Aber es stimmt nicht mit mir. Ich habe es nur unterdrückt. Ich finde es richtig witzig. Wie viele Punkte hat jeder eigentlich? Du bist schon lange raus. Du bist schon disqualifiziert. Ich spiel es mit Gnu gerade die Anzeige. Ja, okay. Nee, nix. Gar nix. Bitte. Dora, kannst du sagen, Puedes hacerme un Sandwich? Das bedeutet, kannst du mir ein Sandwich ins... Nichts. Nee. Nichts. 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 Nee. Nichts. Nichts. Oh nein. Oh nein. Ah. Oh. Kann man sich denn so wenig im Griff haben, dass man das... Hat der irgendwie... Hat er erfahren, dass er mit seiner Frau geschnackert hat? Wie kann man sich so wenig im Griff haben, dass man das vor der scheiß Kamera macht? Vor allem, er passt ihm voll ins Gesicht. Die Frau da links lachen auch. Und er siehst du voll ernsthaft? Oh nee. Oh nee. Oh nein. Hä, das ist doch voll schlimm. Der tut mir total leid. Guck mal mit der Mucke, Alter. Aua. Du darfst nicht lachen. Ich hab doch gar nicht gelacht. Ich war da eigentlich schon voll verloren. Ja. Hey, der ist ja mega... Groß. Ja, aber der hat auch so einen mega kleinen Kopf. Das ist ein Chemie. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Deswegen sind Hunde besser. Alter. Wahrscheinlich. Ey, Katzen sind so stressig manchmal. Ja, find ich auch voll. Man weiß aber auch nie genau... Du darfst nicht... Ich werde jetzt nicht das tun, was die gemacht haben, weil das ist Fehler Nummer eins im Internet. Ich sag nichts zu Hunde- und Katzenthematiken. Eiskalt. Ich sag da nichts zu. Wenn ihr Katzen habt, gut für euch. Hunde auch gut für euch. Guck. Bin nicht mehr in die Kamera geguckt dabei. Kennt ihr meine wahre Meinung? Genau, was sie wollen. Nee, genau. Ich hab halt einen Hund, ne? Ist jetzt nicht so schwer zu... Egal. Aber das ist es ja. Ja. Irgendwie sehe ich Parallelen zu mir. Es geht noch weiter mit Katzen, ne? Ach, sind die da reingehissen? Ich muss euch eines sagen. Tut das weh? Ja, meine Schwester hat mir einmal so in meine Brosche getreten, dass ich richtig geheult habe. In deine Brosche? Ja, aber Brosche tut auch gut weh. So richtig schön so den Fuß da unten rein bekommst du. Krass. Ja. Das war einfach so doof. Was machen Flielen da drin? Und wie schnell sie abhauen einfach. Oh, süß. Oh, loo. Oh, süß. Weißt du, wie das jetzt abgeht? Die dürfen dort schwimmen. Und ähnlich wie bei dem Hummer suchst du dir... Gehen die dann auch wieder bei den roten Teppich nach Hause? Haben die ein Hotelzimmer da? Ich hab viele Fragen. Aus die Ente möchte ich jetzt... Oha. So traurig das Ende. Oh nein, die Katzen wieder, ne? Oh nein, die Katzen wieder, ne? Warum warnt ihn keiner? Boah, das kann doch... Alter, das ist ja aber gut gezwiebelt, oder? Was für ein scheiß Kofferraum aber auch. Wenn da nur so eine Katze, die wiegt doch nix, das runterklappen kann. Das ist ja voll gemeingefährlich generell. Stell dir mal vor, da kommt Wind. Ja, vor allem auch die Musik da noch passend dazu. Was passiert da? Das sind diese alten Duschdinger, die so übel stark sind. Das kenn ich auch. Habt ihr das auch mal gemacht? Ich hab das auch mal gemacht in so einer Hoteldusche damals. Da war ich so im Hotel und da war das so übel stark. Und dann hab ich auch das mal zugemacht. Und hab's einfach mal tanzen lassen. Das ist voll crazy. Also wie hart ist dieser Duschstrahl? War da vorne eine Frau dran? Das ist doch so geil, ey. Also ich glaub, man kennt's ja auch, wenn man jetzt irgendwie... sich die Haare vom Kopf wäscht und man macht's anders. Schon mal der Duschkopf sich bewegt, aber doch nicht so. Was ist denn das für ein Wesen einfach? Entschuldigt, sieht aus wie du? Und das? Gnu. Ja. Oh shit, wait. Ganz viele Gnus. Das ist doch ein Gnu. Das ist auch wie ein Hasen ein bisschen. Das ist ein Scramble-Di. Das ist ein Mini-Re-Tier. Re-Tier wahrscheinlich. Das ist ein Scramble-Di. How do you like your eggs? Scramble-Di. Scramble-Di. Für Russischer, shit, was ist das denn? Nicky Mac. Nicht Mickey Mouse. Okay. Aber die Erwartung in Realität. Mhm. Boah, Hilfe ey. Das war close, aber nichts passiert. Das ist ganz normal. Ich bin einfach ganz normal. Wow. Was passiert hier, Alter? Ich weiß ja, dass bei Ziegen es so ist, dass wenn man das entgehende Effekt ist, wenn du die erschrickst, dass die ja starr umfallen. Nicht bei allen Ziegen. Es gibt so eine spezielle Art von Ziegen, die dann verkrampft. Oder war da jemand, der hat so gemacht. Oder dass sie tut, das wäre sie tot, damit man ihr nichts tut. Ich sage immer, stellt euch tot, wenn es Gefahr gibt. Oder rollt euch halt. Dieser Akzent. Hab dich vermiest. Hab dich vermiest. Dankeschön für den Sub. Mutters gracias, Lusa. Dankeschön. Schau an die Stadte an meinen Fett. Ich muss versuchen, da zu kommen. Oh nein, ich ahne Böses. Joink. Ach du Scheiße. Oh süß. Wo ist der Kopf? Oh süß. Hm? Hm? Du bist. Du schummel, mein Gott. Oh, die Augen, Alter. Du schummel. Oh, was hat denn die genommen? Ich schund dich auf dem Fahrrad. Das ist so düppel. Was? Ich bin das Fahrrad. Hat dich das erregt? Was? Nein. Das ist so dumm. Astrid, dankeschön für den Sub. Fünf Monate. Welcome back. Danke. Geil. Ich bin so schlecht im Bowling. Ey, ich wollte so gern mit euch bowlen gehen. Haben wir aber nicht gemacht. Ich bin da so schlecht drin, das ist immer lustig. Ich lasse mir die Kugel nach hinten fallen. Nach hinten? Zu den Zuschauern. Ich bin hier meistens so richtig schwungen und dann merke ich so, da habe ich gar keine Kugel in der Hand. Genau. Sui. Jaula, 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 jaula. Boi, boi, boi. Na. Oh nein. Was? A fail. Eier Tag, dankeschön für den Sub. Herzlich willkommen in der Abo-Folle. Oh wow. Ey, nicht lachen. Krass, wie die so nachahmen sind. Irgendwie lustig. Niemand weiß, dass er existiert. Ja, aber wirklich. Das macht YouTube teilweise einfach mit der Monetarisierung. Warum tun die sich alle weh oder fallen wo runter? Das ist ja voll schrecklich. Nie kann ein Video mal schön sein. Voll, der macht gerade so eine Frau an. Und dann hat er sie und dann ist alles wieder verloren. Und du bist sogar noch weiter unten, als du davor warst. War es einfach so. Bobby Nackler, dankeschön für den Prime Sub. Der Hund sieht so unfassbar gruselig aus. Oh mein Gott, oh Gott, das könnte schwer werden. Ich bin ganz ehrlich, so Hunde, ne? Boah, das ist schwierig, glaube ich. Holy shit. Boah, der rummelt sein Ass da dran. Weißt du, was der macht? Ich kann es dir sagen. Was macht der denn? Ich glaube, der Juckre ist am... Guck dir mal. Hä? Gar nichts. Gar nichts. Nada. Nichts. Junge, dieses Video ist gruselig. Es ist hell. Wahrscheinlich, um die Creme wegzulocken, oder? Eine moderne Fokusscheuche. Ja, Fokusscheuche. Creme. Das ist ja sehr nett gewesen. Das ist sehr nett gewesen. Die Creme. Ach, guck mal, das sind tatsächlich solche fertigen Videos. Totally random heißt das. Ach, natürlich kenne ich den Channel. Da hast du doch auch so etwas hingeschickt. Da wieder Julian Bam. Julian Bam steht da. Ach, klar kenne ich die Sorte. Der Allerechte. Der Allerechte. Ja, wie viel steht's? Schade, dass du verloren hast. Ja. Warum immer ich? Ich glaube, du hast verloren, aber du hast am Ende viel mehr gelangen. Ich glaube, die Lacher von mir schneiden wir einfach raus. Ähm, hat mir... Oh, was ist denn da passiert? Ich habe eigentlich auch nicht... Nein! Ich bin so geboren worden. Was ist da passiert? Du hast aber einen komischen Schädel... Das ist wack, wenn man Schamhaare statt Haare hat. Hast du ihn platzieren lassen? Ich auch. Ja, merkt man. Oh shit, ich muss jetzt den Call. Okay, aber beide sind unten verlinkt. Das finde ich gut.